Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Als junge Bursch hau Pap um an die Hand genommen und ens noch ein Plätzchen brauche. Nu hoheb ich, sag Herr von Nölke, dass du den Erbe des, wie ich ziehen soll. Und ich in Klare höre, dann kann der den Stel für die Janslewe sehen. Du brauchst dich, um nichts zu sorgen, kriegst die Erde und den Klär und ein paar Grosche vor ich lesge Bier und ein Pex gebringt, Mann. So hau Pap über 70 Jahre von Nölke gesagt. Er dachte noch an alles zurück, hau Jor und Schleischte Jorgen gehad. Er war meistens, woher du früher gewesen war. Nu lag er hier in het Bett und warte auf der Hochwürde her. Der Doktor kwam. Der Doktor hau von mir sag, Nölke, du wirst, wenn man über 75 ist, dann ist der Lackhaf. Und man moet mit alles rekenen. Lass mal der Herrens kommen. Man kann ja nicht weten, was passiert. Ja, sagt Nölke, lass du mal kommen. Ich bin damit ever stangen. Ich habe eine Joodlewe gehad. Er muss nicht lange auf der Herr warten. Der satt sich neben das Bett und meinte. Es wird nun langsam Zeit, nach uns die Lewe durchzudenken und nach uns zu singen, die Bichte. Ich habe aber kein Zungen getan. Ja, sagt Nölke, ich bin jeden Sonntag in die Kirche geweest. Und immer auf das Bett gebet. Ich habe nichts gestohlen. Herr, ich habe kein Zungen getan. Ja, sagt der Herr, überleg mir eins gut. Jeder Mensch hat jetzt getan, was ihm later lebt. Was ihm lebt? Hm, sagt Nölke, und lade ein bisschen in sie herinnen. Ja, Herr, da ist wahr noch jetzt. Ja, zuster, sagt Nölke, nun vertel mal uns in alle Ruhe und mach dich frei für alle Schuld. Ja, Herr, das sind mehr als 20 Jahre her. Es wird auf der Herbstkirmes. Leentje, die jüngste dachter von meinen Bub, hat ein paar Kör mit mich gedanst. Auf der Heim, wehst du, sagt sie für mich? Nöl, mir ist es einfach so kaut. Kannst du mich nicht ein bisschen schwärmen? Ja, sag ich, und hangen mit einem Rackhutje dann, und über haar Schauer gelach. Sie wurden so froh, da drüber und sag mich das auch, und das ich so nett zuhauw war. So sind wir da langsam ophäin angetroog. Immerweil fragten sie mich nun, ob es mich dann nun nicht te kaut war. So jahre als wir die Heim für die Dür stehen, auch noch eins. Sie meinte, wenn es mich nun kaut geworden wäre, und wenn ich in meine Kamer und für die Werkes nicht warm werde, dann soll ich da bei ihr in den Zimmern reinkommen. Dann kann sie mich da nicht wärmen. Ich brauchte da bloß die Klappe. Sie meek mich de Dürfats auf. Und zet ihr her, sagt Nöl, dass es mich damals nicht kaut geworden ist, dass es mich heute noch lebt. Vielen Dank. Vielen Dank.